Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich den Antrag das erste Mal durchgelesen habe, habe ich dann gedacht, meine Güte, da hat sich aber jemand den Frust von der Seele geschrieben und mal so richtig auf die Homöopathie eingeschlagen. Und ich sage mal, der Kollege Preuß hat eben schon die wichtigsten fachlichen juristischen Argumente geliefert. Auch Frau Kollegin Schneider hat auch noch mal darauf hingewiesen, welche absurden Unklarheiten Sie im Antrag auch noch mal lassen, was die Apothekenpflicht dann auch anbetrifft. Die allermeisten homöopathischen Mittel sind überhaupt nicht für einen gezielten Einsatz vorgesehen. Das geben die ja auch vor. Und die anderen sind nach § 10 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes eben auch kennzeichnungspflichtig. Und die können dann eben entsprechend auch in der Apotheke, so wie Frau Schneider es ausgeführt hat, eben unter Fachkundiger ausgenommen werden oder nicht. Sie wollen was anderes. Sie wollen den Menschen vorschreiben, dass sie eben keine homöopathischen Mittel nehmen können, und wenn eine Krankenkasse eben per Satzung entscheidet, dass sie die Kosten auch noch dafür übernimmt, dann finde ich, ist es doch das Recht einer Kasse, das so zu tun. Und dafür gibt es auch eben Gremien, die das eben noch machen. Aber ich möchte, ich möchte aber auf einen Punkt hinweisen, weil der finde ich dann auch zahlenmäßig dann schon auch beeindruckend, weil Sie von einer Krake oder irgendwie Gesundheitsmaschinerie dann auch sprachen. Also ein Promill der Gesamtausgaben im Bereich der Arzneimittel sind überhaupt homöopathische Mittel. Und von denen werden zu 98 Prozent die von den Menschen selbst übernommen. Ich weiß nicht, wo Ihr Problem liegt. Deswegen ist dieser Antrag abzulehnen.